Zwar auch in der Welt der, naja, Reichen und Schönen, aber es hat nichts Fröhliches. Genau, es ist nämlich der Auftakt zu einem Prozess, zu dem Sensationsskandal um den Jeffrey Epstein. Denn heute gilt der Ghislaine Maxwell-Prozess, ist dort der Auftakt. Ist sie die Komplizin des Sexualstraftäters oder eine High Society-Mitläuferin, der eine enge Freundschaft zum Verhängnis wurde? Ja, heute startet der lang erwartete Prozess gegen Ghislaine Maxwell wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Sechs Wochen lang soll im Gerichtssaal 318 des Thurgood Marshall United States Courthouse in New York verhandelt werden. Eine der wichtigsten Fragen, wird sie Prinz Andrew belasten? Denn auch er soll sich an Minderjährigen vergangen haben, die Epstein ihm vermittelt haben sollen. Wir haben für Sie den Fall noch einmal zusammengefasst. Die Beweise sind erdrückend. Unterlagen aus der Zivilklage von Virginia Robert Jufri gegen Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2015 belasten seine Assistentin Ghislaine Maxwell schwer. Sie und der Milliardär sollen Mädchen, manche erst 14 Jahre alt, in sein Luxusanwesen gelockt und sie zu Sex genötigt haben. Nicht nur für sich selbst, auch seinen Gästen und Geschäftspartnern soll er die Mädchen zugeführt haben. Seine Geliebtin Maxwell soll ihm dabei geholfen haben. Der New Yorker Promi-Anwalt Edward Hayes fasst den Fall Epstein so für uns zusammen. Der Fall Epstein repräsentiert eine der üblen Seiten von Amerika. Wenn du ein reicher Mann mittleren Alters bist, kannst du dir fast alles leisten. In diesem Fall war es so, dass die Mädchen fast alle minderjährig waren und die Männer wussten das. Es zeigt, dass man in den USA fast alles mit Geld kaufen kann. Die Details sind verstörend und zeigen das ganze Ausmaß des verbrecherischen Handels der beiden. Auf der karibischen Privatinsel von Epstein, Little St. James, soll Maxwell die Orgien quer über die ganze Insel verteilt abgehalten haben. Die jungen Mädchen seien per Privatjet auf das Grundstück geflogen worden. Angesprochen wurden sie oft in Fitnessstudios, gelockt worden seien sie mit lukrativen Modeljobs. Darunter brünette, blonde und rothaarige Frauen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Einige prominente Personen sollen in Epsteens Privatjets gesessen haben. Model Naomi Campbell, Matt Groening, der Schöpfer der Simpsons und der ehemalige Präsident Bill Clinton. So beschreibt es Juffrey. Auch der britische Prinz Andrew, der jahrelang mit Maxwell und Epstein bekannt war, soll in den Fall verwickelt sein. So sagte Juffrey, sie seien in den Jahren 2001 und 2002 als 17-Jährige dreimal zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden. Organisiert habe solche Treffen Maxwell. Sie soll die Mädchen zudem regelmäßig mit Sexspielzeugen vergewaltigt und an die berühmten Kunden verkauft haben. Während Epstein sich im August 2019 in seiner Zelle das Leben nahm, wurde Maxwell Anfang Juli festgenommen. Ihr werden jetzt Verführungen Minderjähriger und Mainite vorgeworfen. Bezüglich Prinz Andrew ist Promi-Anwalt Edward Hayes sich sicher. Sie werden versuchen herauszufinden, wer Prinz Andrew die Mädchen vorgestellt hat, in welchem Verhältnis er zu Ghislaine stand und welche sexuellen Akte zwischen ihm und den Mädchen stattgefunden haben. Ich bin mir sicher, dass sie sich damit eingehend befassen werden und das könnte ziemlich peinlich werden. Also das hat das Potenzial zu einem Sensationsskandal. Heiko Erbs ist bei uns aus der Showabteilung. Was glaubst du, was könnte Prinz Andrew drohen? Also der Palast ist nach unseren Informationen auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. Natürlich ist Prinz Andrew nicht selber angeklagt, aber dass er Kontakt zu Epstein hatte, ist unbestritten. Es gibt mehrere mutmaßliche Opfer und auch weitere Zeugen, die ihn bei Epstein gesehen haben, auch mit jungen Frauen, die das beschrieben haben. Er ist deswegen noch nie angeklagt worden. Aber natürlich kommen in diesem Prozess Details raus. Es wird da zum Beispiel von dem Notizbuch von Jeffrey Epstein geredet, wo er alles erfasst haben soll, seine Kontakte, wen er wohin eingeladen haben soll. Das ging ja über Jahre mit über Hunderten von Mädchen. Vier sind dort jetzt eigentlich erst mal nur, werden da verhandelt. So, und da kommen natürlich Details raus. Und das könnte Auswirkungen auf einen anderen Prozess haben, nämlich ein anderes mutmaßliches Opfer, was wir da auch gesehen haben, nämlich Virginia Jeffrey, will Andrew ja in New York zivilrechtlich verklagen. Und natürlich gucken sich die Richter, die Klage ist noch nicht zugelassen, an, was jetzt in diesem strafrechtlichen Prozess rauskommt. Was könnte ihn denn da drohen? Andrew könnte erst mal drohen, dass er dann, dass diese Klage zugelassen wird, dass er dann vorgeladen wird. Er muss natürlich nicht hin, aber natürlich fragen sich ja alle, wenn er nichts zu verlieren hat, wenn es dann so dazu kommt, warum kommt er dann nicht? So, dieser Prozess, ob der stattfinden wird, ist noch in der Schwebe. Wenn es dazu kommt, seine Anwälte arbeiten im Hintergrund schon daran, natürlich, klar, dann ist das auf jeden Fall ein Katastrophenfall für die Royal Family, weil ein Mitglied der Königin Krone verwickelt, schon jetzt ist es wahnsinnig peinlich, da ist ja gar keine Frage dazu. Er hat ja auch ein desaströses Interview dazugegeben. Ist er überhaupt schon eine Persona non grata in Großbritannien? Also meiner Meinung nach, ja, das sieht man auch schon daran, dass er in der Präsenz der Königin Familie total zurückgestuft worden ist. Er befindet sich jetzt auf Schloss Windsor, hat sich komplett zurückgezogen, mauert auch zu der Sache, das BBC-Interview, was du angesprochen hast, ist komplett nach hinten losgegangen damals, hat eigentlich mehr Schaden angerichtet, als es geholfen hat. Und man sieht es jetzt schon, die Royals müssen, wenn die Queen irgendwann nicht mehr sein wird, natürlich überlegen, wie positionieren sie sich, wer wird welche Pflichten wahrnehmen. Und da ist Endo völlig nach hinten genommen worden, weil er einfach nicht mehr tragbar ist für die Königsfamilie. Jetzt geht es ja erstmal weiter mit dem Prozess um Ghislaine Maxwell. Was drohen ihr denn? Wie viele Jahre könnte sie ins Gefängnis kommen? Das ist eine astronomische Summe, das könnte sich bis auf 80 Jahre addieren. Also eine ganz ernste Sache. Natürlich wird sie alles, sie hat ein wahnsinnig tolles Anwaltsteam sich zusammengestellt, die wird alles in die Schlacht werfen, um das abzuwenden. Aber es geht da wirklich um linksländlich hinter Gitter. Was ist das, wir haben den Mats vorhin gesehen, den Beitrag, aber was ist aus deiner Sicht das besonders perfide an diesem Fall? Das perfide ist wirklich, dass einmal das Rechtssystem versagt hat und dass die High Society, und wir reden hier wirklich von Politikern, einflussreichen Menschen weggeguckt hat. Jeffrey Epstein ist ja 2008 schon einmal verurteilt worden. Das war einmal damals schon ein sehr fauler Deal, den die Staatsanwaltschaft eingegangen hat. Und damals hat man die Stimmen der Opfer nicht ernst genommen. Dann hat er weitergemacht. So, dann ist er verhaftet worden. Wir wissen alle, er ist dann in der Zelle Suizid umgekommen. Aber da hat das System versagt. Die Behörden haben das nicht ernst genommen, was ihn mehrere Mädchen beschrieben haben. Und dann hat auch die Society weggeguckt. Denn auch nach der Verurteilung haben einflussreiche Leute wie Bill Clinton, Bill Gates, alle, wie soll ich sagen, die Kontakte von Jeffrey Epstein weitergenutzt. Und das ist das perfide und das Schlimme daran. Und eben auch Prinz Andrew, der ja als der Lieblingssohn der Queen eigentlich gilt. Absolut. Prinz Andrew war, weil es eines der späteren Kinder der Queen ist, da hat sie damals noch ihre ganze Mutterleidenschaft ausgelebt. Und das ist für die Queen sehr schmerzhaft, dass dieser Prozess jetzt losgeht. Das wird ja, ich glaube, sechs Wochen wird es gehen. Es werden viele Details rauskommen. Justin Axel Maxwell wird alles tun, um die Schuld von sich wegzuschieben auf andere. Klar, Jeffrey Epstein kann sie jetzt belasten. Der ist nicht mehr da. Das bietet sich an. Aber natürlich wird sie auch versuchen, andere prominente Namen im Grunde zu belasten. Und es von sich wegzuschieben. Und das wird schwer.